Herzlich Willkommen auf dem Heizung und Sanitertipps Kanal. Ich bin der Antonio und auf meinem Kanal zeige ich dir Reparaturbeispiele aus erster Hand. Alle Arbeiten, die du auf meinem Kanal siehst, sind nicht in einem Werkstatt gemacht worden, sondern direkt vor Ort, beziehungsweise auf den Anlagen. Ob es um ein Heizkörperventil geht, wo nicht mehr funktioniert, oder um Anschliessen von einer Küche oder Wechseln von einer Armatur auf meinem Kanal bist du genau richtig. Um keine neuen Videos zu verpassen, kannst du dich hier natürlich auch abonnieren auf meinem Kanal. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.